jo leute und damit willkommen zurück zu dunkelkong country mit flash mit centus dem affengehaber halt's maul hör auf endlich damit du nervi sei sie natürlich nicht leben wir haben also werde ich erst mal mich nach unten begeben du hast geladen also haben wir genug leben eigentlich habe ich nicht siehst du sag ich ja aber nicht strich ja ich habe nicht genug leben so hatte mal wie war denn die stadt dunkelkong strich ja jetzt habe ich eine andere das ist jetzt andere taste scheiße welche das ist denn jetzt zum rennen nein die muss ich umstellen das ist denn es ist die nächste ist die doch nicht die auch nicht die auch nicht dieses glaube ich ist jetzt das y ja genau als maul noch irgendwie 005 naja als center seine schuld nein denn das hat gesagt kommen wir machen sofort direkt das muss gehen jeder muss funktionieren habe ich gar nicht so genau jetzt geht es sie ist ja ich liebe es controller nein ich würde sie mit controller zocken nein er labert nur scheiße ja wo sie da sie ein hatte und der dafür funktioniert coconut mann bis 16 spinner aber schon ganz viel besser spielen damit ja mein nass holen jetzt geht's ab hier welchen schaden warum ach ja nicht so interessant ist dann nur noch minimal muss man einfach ein frosch ja ja daumen hoch für alle videos hat er gesagt dass ich hier sehen daumen hoch wenn euch das gefallen hat schon ein paar level zack ich sag niemals nein steuerkost oder mit joystick nein mit alter 23 leben steuerkost oder mit steuerkreuz bin ja hier gestorben stimmt ja immer mit steuerkreuz bin hier ja gestorben da war ja was damals gab es noch nicht wo ich zu weit gesprungen ja da bist du weit glaube ich schon oder zurück weg gegangen oder so ne ich bin zu weit gesprungen 25 leben was mit was hast du damit vor keine ahnung also ich brauch so viel leben auf jeden fall strauss immer noch immer nach frosch wo ich bin zu spät abgesprungen was auf nur gefällt aber nicht nächstes mal war ich noch mal moment wird das level nicht normal spielen oder doch warum ich alle stellen alle strauss und voll ab so wie man muss es mir nicht passiert abgestürzt bist ja abgestürzt bin einmal mache ich nach oben und vor allem ich brauch die leben das scheiß level falsch gedrückt muss nach oben drücken ach nee du willst auch wenn das klappt mit den 15 minuten wollen wir dann auch wirklich so cutten machen wenn das klappt ja meinetwegen sonst vielleicht sind die mal länger mal kürzer ist ja auch scheißegal haben wir ja bei super maro wird genauso gemacht ja deswegen also relativ egal relativ also das außer das eine das hat man dieses wo wir kurz cut gemacht haben nach den sieben minuten genau das war aber auch nur nur da weil ich weg musste ich glaube ja nein ich war wir speichern wollten hier ist ab klatsch oder ja das gut dass sie dass er da ist man hat mir kurz cut gemacht und dann haben wir später weitergemacht und dann sind außerdem 20 minuten draus geworden ja aber hat er gut geklappt oder er gilt ja 20 minuten insgesamt 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 ja ja 21 somit so ein bisschen länger geworden weil ich mal davor noch was hinschneide wenn man so schön fällt wo wir immer am abkratzen sind und so so lustig und das was jetzt macht das müsst ihr auch machen das befiehlt euch dann geht um dann zu machen das level ist geil geil beschissen ja merk ich schon froschi 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 frosch sieht man noch nicht viel nein bei der einen super maru world folge habe ich das ein bisschen also kronis aber nur ein bisschen ok ja habe ich ja später gemerkt hatte aber keinen bock das zu korrigieren mehr ach muss man ja auch nicht ne ganz klein bisschen das merkt man aber wenn man durch sie rennt und ich immer dieses geräusch nachmacht nein ich wollte da noch hoch hätte ich vier leben gehabt shit ne bei oben bei super mario world habe ich auch so ein bisschen weg ach jetzt macht donkey kong das nicht also da müsst ihr keinen daumen hoch geben wenn ihr nicht wollt ach so wenn er nicht macht ach so centros ah wenn ihr nicht wollt 25 leben sollte eigentlich für die nächsten 10 milliarden jahre reichen glaubst du also ich doch 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 es kommt nicht mehr so die knaller level ja jetzt habe ich ja so fange ich schon ich habe immer noch das problem ich sollte gleich nachdem ich wieder dran bin noch speichern würde ich auch mal sagen schade dass du nicht stirbst hey was soll das mich verarschen sicherlich ich bin noch auf den anderen drauf gesprungen ich bin noch auf den anderen drauf gesprungen warum machen denn hier gerade nicht springen wie ich das behaupten hallo hallo ist soweit gerollt sicherlich der ist vorher nur aufgestanden wieder und dabei ist auch noch zu weit gerollt genau stehen sicherlich ja ja alles das ist alles gut flash hat die fresse so ab mit funki dunki funki dunki funki dunki oh ja oh ja oh ja oh ja das habe ich taubental gesagt grüner taumel alter das ist ja schon steht doch taubental oder nicht mein traubental steht da ach ja da war ja und das ist jetzt so harmlos mit denen ich weiß das wird schlimmer das wird noch schlimmer ich weiß wie ging das eigentlich oder ist da unten darunter ist glaube ich ein fass gewesen aber ich bin mir nicht 100% sicher kannst du mal ausprobieren nein doch shit da hättest du eh ausprobieren können also bist du eh grad abgekriegt hätte 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 nee 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 hol dir noch paar level lieber erleben nicht level ja meine güte er ist ein affe deswegen sagt er aneinander 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 mit 30 leben solltest du eigentlich ganz gut in dem ein level klarkommen schalt auf den hat jemand schiss gehabt nein man merkt echt den unterschied zwischen wenn du mit steuerkosten und diesem knüppel spiel ja klar dass du merkst du aber knüppel ist auch nur zum lenken da und zum perfekteren 3d gehen ja fürs open world spielen aber so steuerkreuz das wieso hauptsächlich nutzt nach links und nach rechts ja jetzt geht's gebellet draußen los jawoll alle halb ist aber noch lauter als du jetzt grad Anti würdest du eh übersteuern der vogel strauß schaffte drei leben schaffte 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 das musst du da drei hat er schon im guten tempo und schaffte sogar vier vor allem du kannst auch schnell rennen ja klar gleich dass sie bei donkey kong halten da hast du gefehlt drei leben 30 stück 30 du kriegst 223 stück dazu keiner ist wieder haben meine jetzt habe ich treiblich kokonat man kokonat banana boller schafft das jetzt darum kann sie nicht mit abrutschen ja du mich auch nächstes level leben bitteschön noch eins noch eins nur jetzt musst du gucken ich würde einfach springen und dann siehst du ja was du kriegst aus immer nach frosch pack immer nach frosch ja ich war nicht vor frosch oder mit frosch ich bin zu blöd als ich kann doch nicht aber ich sag ja nur mario welt sicherlich mit dem ganzen leben ja warte mal soll ich dir noch mal die leben action erzählen wo ich dann 22 leben hatte ja wo ich die ganzen blöcke durchgekriegt ja das ist doch wenig leben gewesen im nachhinein zu dem einen boom level ich hatte keinen bock zu springen jetzt gesehen ja aber überleg mal ich habe alle gekriegt ja aber dennoch ich glaube das habe ich noch nie geschafft oder doch einmal noch keiner und das ist zu lange her schade was denn was schade ich dachte da gibt es einen trick ab level 3 weiß ich gar nichts mehr da kannst du mal probieren ich meine da ist auch ein fass aber dass man kannst du ja machen wenn du dran bist klar probier es einfach ach guck mal da kommt Donkey Kong fast raus ok ah ja das hat er viel gebracht ihm ah die level sind immer so gemein ne ach du scheiße ne flashy ach du kannst es nicht ja ich hab die 10 auch noch mal gesehen ja beim schneiden ja das ging auch nicht mit feier so ne ja boah ist das gemein ey die schnell die auch das ist so gemein manchmal ehrlich ich bin weil im single player bin ich weiter als hier äh multiplayer meinst du oder was im single player bin ich weiter achso keine ahnung ach du scheiße wow da musst du echt konzentration haben dran konzentration was ist das ah scheiße was denn boah das war knapp boah das war knapp ein zu den halleluja und genau passend was guck mal auf die zeit genau passend dann kannst du es auch nochmal speichern habe ich gerade leid nochmal jawohl jetzt nochmal sprechen habe ich und dann wollen wir sagen bis zum nächsten mal bei Donkey Kong Country tschüss 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 tschüss